Hallo liebe Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chained Echos, heute der 57 von mir, dem Hube hier auf HubeTube. Wir werden Shambhala endlich abschließen, also zumindest die Karte. Ich weiß nicht, ob dann storytechnisch noch was passieren wird, aber ist ja egal. Wollt euch also etwas Leckeres zu essen, was Kühles zu trinken und habt vor allen Dingen ganz viel Spaß. Hubbeler, da habe ich so schnell mit den Fingern gedrückt, dass wir... ...quasi den Bildschirm nicht gewechselt haben. Ja, wer sie gesehen hat, in der letzten Folge haben wir, ich sag mal, das Rätsel rund um die Shambhala-Insel komplett geklärt. Ah, okay. Wir sind geforst. Ist ja auch in Ordnung. Mato sagt, wir sind den Ruinen nahe. Die Kirche hat eine Einrichtung auf dem Eingang platziert. Da müssen wir erst durch. Eine Einrichtung? Wird uns die Kirche passieren lassen? Ich sorge dafür. Mach dir keine Gedanken. Ich verstehe es, Sir Agil. Und du hast dein halbes Leben in Dorva verbracht? Ja, ich wurde geschickt, um Weisheit zu suchen, damit die Sova mehr über die Welt lernen können. Irgendwie endete ich im Dienst von Sir Isaac. Er war ein sehr großzügiger Mann und er hatte noch nie einen Sova wie mich gesehen. Und nach deiner Ausbildung bist du zu deinen Leuten zurückgekehrt? In der Tat. So wie ich es versprach, ging ich zurück. Deiner großen Menge an Wissen in mir. Und seitdem arbeite ich als Wache. Meine Aufgabe ist es, Monster und Eindringlinge fernzuhalten. Was zum... Das stimmt nicht, Glenn. Seht dort. Alle abgeschlachtet. Oh, Monsterfarm. Crazy. Unzählige Käfige voller Monster. Das ist Teil der Einrichtung. Was ist das für ein Ort? Forschen sie hier an Monstern? Wir Sova mischen uns nicht in die Geschäfte der Kirche ein. Das kann ich beantworten. Die Monster werden hier geboren. Die Kirche züchtet Monster? Ja, sie sind künstlich geschaffen und werden dann auf der Welt verteilt. Du machst Witze. Warum sollte die Kirche das tun? Woher soll ich das wissen? Aber es klingt ziemlich übel. So viel weiß ich. Monster verbreiten Angst. Angst führt die Menschen zum Glauben. Das ist natürlich das Erste, was einem in den Sinn kommt. Aber das wäre ziemlich aufwendig. Ich weiß, dass die Kirche viel übles Zeug veranstaltet. Doch das klingt eher nach einer Schauergeschichte. Einer nicht besonders gehaltvollen. Du weißt ziemlich gut Bescheid, Sienna. Ich sagte doch, ich war hier schon mal. Abgelegene Orte sind für Schatzsucher wie mich von großem Interesse. Seht da drüben. Sie verfrachten tatsächlich Monster von hier in die Luftschiffe. Bitte kommt, lasst uns weitergehen. Ich hätte gerne die Insel so da unten noch ein bisschen erforscht, to be honest. Aber gut, viel gibt es hier scheinbar gar nicht. Dann nehmen wir hier ein Buch aus vergangenen Zeiten mit. Die Kaffeebohne. Links oben ist noch ein bisschen, äh, rechts oben ist noch ein bisschen was. Ah, schön. Wie gut, dass wir in der letzten Folge den Typen hatten, der uns noch mal eins mehr hier gibt. Also gefunden hatten. Okay, in das lustige Gebäude müssen wir wohl rein. Da ist eins Forscherin. Eins Rose. Diesen Ort darfst du nicht betreten. Ha. Ha, 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 ha. Ich darf betreten, was ich will. Oh mein Gott. Was tut ihr hier? Der Zutritt ist verboten. Mato, du wolltest mit ihnen reden. Um ehrlich zu sein, ich glaube, hier kann ich nichts machen. Warte, was? Du hast gesagt, du würdest dich drum kümmern. Scheint, als müssten wir uns selbst drum kümmern. Okay, chillig. Verdammt, benachrichtig den Kommandeur. Ist Mato ein Verräter? Was soll das? Finger weg von der Kirche. Mato, was dachtest du würde passieren, wenn du uns hierher führst? Mato? Wo ist er? Etwas nähert sich. Wir haben kein gutes Gefühl bei der Sache. Lasst uns schnell diese Ruinen finden. Äh, okay. Okay. Es wurde vor zwei Wochen geboren. Wenn wir es mindestens ein Jahr im Leben erhalten können, wäre das ein Volk. Okay. Es wird wohl der Boss hier sein. Ah, du hast nichts gesehen. Naja, doch. Schon. Ich habe hier eine ganze Menge gesehen, aber irgendwie gefällt mir halt nichts davon so. Naja, Kater gibt es hier ja nicht. Aber eigentlich auch keine Truhen. Was mache ich mir also die Mühe, hier links und rechts zu gucken? Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht erhoffe ich mir irgendwelche Piepels. Oh, das sieht aus wie so ein Fleischklumpen. Was ist das? Oh man. Sieht aus wie ein großer Klumpen Fleisch. Äh, was macht ihr hier? So wie es sein soll. Äther? Aber wieso? Was geht hier vor? Hm. Ein Großinquisitor vor der Kirche. Sir Raphael, wenn ich mich nicht irre. Man kennt. Man kennt. Ich bin mit dieser Einrichtung nicht vertraut. All diese Monster. Eure Exzellenz. Was hat das zu bedeuten? Sienna? Was machst du hier? Nun, also... Explosionen? Da seid ihr ja. Ich sagte doch. Wartet am Eingang. Lauft. Der ganze Ort wird in die Luft fliegen. Was? Mato, was hast du getan? Erklärungen müssen warten. Okay. Er ist wohl ein Verräter, aber eher einer der Kirche. Seid doch nicht so in Eile. General Godfrey. Na, na, na. Prinzessin Celestia, die Verräterin. Lasst uns durch, oder wir verbrennen alle in den Flammen. In den Flammen? Was ist daran so schlimm? Was sollen wir machen? Wir haben gegen ihn keine Chance. Das stimmt. Also sterbt. Okay. Wow. Raphael. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Aber dieser Ort gehört nicht zur Kirche. Und keiner von euch hat hier was verloren. Wie süß. Du glaubst, dass dein Schwert gegen meine Flammen aus der Hölle bestehen kann? Was zum... Wie stark bist du? Verdammt. Dieses Schwert ist gesegnet vom Licht Gottes. Es brennt heißer als jede Flamme dieser Welt. Respekt? Ein einfacher Mensch, der solche Stärke erlangt wie du? Das ist schon besonders. Und doch. Nur ein Mensch. Was tut er? Fühlt die gesammelte Macht des Grands Crémoires. Oh wow. Bild. Erfahrt die Macht der Götter. Raphael. Ich muss mich mal entscheiden, ob ich ihn jetzt Englisch oder Deutsch nenne. Nun zu dir, Verräterin. Wir müssen kämpfen. Bist du von Sinn? Er hatte noch keine Zeit, seine Magie zu kanalisieren. Und er ist schwer verwundert. Stimmt, das ist unsere beste Chance, mit diesem Spinner abzurechnen. Nun. Dann versucht mich aufzuhalten. Ja. Okay. Ja. Wir fangen mal mit der Spiegelung an. Oh. Er hat drei. Alle sind erblindet, weil ich gerne erst die Power-Rüstung walten lassen möchte, bevor ich ihm Blutungsschaden zufüge, weil es dann mehr Damage macht. So. Wie ist denn das? Schwäche ist alles Wasser. Macht ja Sinn. Gottfrey selbst könnte man was stehlen. Wir machen mal ein Lichtlangschwert. Ist okay. Dann machen wir eine Hymne der Heilung. Nee. Wir machen erst mal die Seelenmesse. Weil er uns ja jetzt erst mal sowieso kein Damage drücken wird. Flammintensität erhöht. Okay. So. Jetzt bin ich bereit, Godfrey so einmal zu verpassen. Und jetzt wäre ich auch bereit, das ist halt die Frage, ne? Weiterhin den Waffenbrecher auf ihn zu machen, damit das möglichst lange ist. Flammen werden noch intensiver. Feuer, Bauch. Ja, das wird halt immer stärker werden, schätze ich, ne? Lichtlangschwert, okay. Dann haben wir es hinter uns gebracht. Und dann können wir jetzt die Hymne der Heilung aktivieren. Sind immer noch im Overdrive. Bisher läuft es richtig gut. Und können weiterhin die Rüstung von ihm brechen, dass das ganz lange so ist. Okay. Und dann... Wie blöd attackieren. Was soll ich machen? Oh, Crit, schön. Flammen werden. Noch intensiver. Gar nicht gut. Basteln. Chemiestärkung. Ah ja. Okay, okay. Suche. Ähm. Einen machen wir noch. Und dann beschwören wir in der nächsten Runde die Waffen. Poesiemarsch kommt mir sehr gut im Kram, weil Sienna jetzt gleich dran ist. Und... Wir somit auf alle gut Damage kriegen. So, jetzt ist die Frage. Machen wir mal eine der Hände kaputt. Ich würde fast sagen. Es hat nicht gereicht. Aua. Aua. Okay. Da blutet noch vier. Hm. Ne, ich glaube, dann wechseln wir mal aus. Und vergiften Godfrey noch zusätzlich. Ah, dann kommen wir langsam in Schwulitäten. Das ist nicht so gut. Wassersprung. Ah, das verringert auch die Flammenintensität. Das war jetzt dementsprechend sehr wichtig. Ah, die Sauger-Dinger. Energie Laie macht bei Victor Sinn. Okay. Dann ist es ja wichtig, dass sie hier hilft. Könnten mit einem Mazurka-Schirm so ein bisschen... ...arbeiten. Ja, ich glaube, das mache ich einfach mal. Ah, da muss er beleben. In Ordnung. Diese Welt wird nicht von Adligen und Nicht-Adligen gespalten, sondern von Machthabenden und Nicht-Machthabenden. Das ist der Unterschied. Ich wurde in der Gosse geboren, aber mit diesen beiden Händen habe ich mir den Rang eines Generals erarbeitet. Ich habe mir diesen Platz in der Welt verdient. If you say so. Bam. Haut mittlerweile richtig gut rein. Und sie ist halt wichtig, um diese Flammenintensität da runter zu schrauben. Ist halt die Frage, ey. Ob ich irgendwie beide killen muss oder so. Boom. In sein Gesicht. Oh, wie viel das einfach heilt, ne? Erd-Trommeln. Oder gegen wen könnten wir denn tauschen? Gegen den anderen Dude da mal, ne? Aber eigentlich sehe ich da gerade gar keine Notwendigkeit. Pandemie. Sehr gut. Wassersprung. Exzellent. Und wir geben ihm mehr Angriff. Null. Lulls. So, dann können wir ihn jetzt aber eigentlich schon wieder tauschen. Ah, die hat aber nur 12 TP, ne? Das ist halt echt bescheiden. Ne, dann lassen wir das erstmal. Versuchen wir mal zu leben. Vielleicht klappt's. Whatever. Die Erd-Trommeln hauen richtig gut rein. Oh, wie schön, dass der Kreuzhieb gerade... boom, 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 boom. Das sind die ganzen meiner Macht? Du bist wie Matthew. Was hat es mit der Machtgier von euch Männern auf sich? Du weißt immer mehr ab, als du kauen kannst. Okay. Flammintensität verringert sich. Und hier scheinbar dead. Okay. Der war sehr easy, der Kampf. Also, da habe ich mir mehr erhofft. So, von einem Gott. Auch wenn Raphael ihn natürlich sehr geschwächt hat, scheinbar. Sieg. Und es gibt einen Grimoire-Splitter. Lauft, schnell. War sehr entspannt, der Kampf. Bin mehr oder weniger froh, dass wir das mit dem Feuerintensität per Zufall herausgefunden haben. Ich denke mal nicht an sowas. Schätze, das war's für die Einrichtung. Konntest du entkommen, Raphael? Was hat das zu bedeuten, Mato? Du hast Eigentum der Kirche zerstört. Tut mir leid, dass ich euch reinlegen musste, aber ihr musstet euch um die Wachen kümmern. Aber Mato? Hast du den eidigen Eid vergessen, den du geschworen hast? Wenn der Chef das herausfindet, dann... Der Anführer des Dorfes hat der Operation zugestimmt. Hass? Wieso? Du warst lange weg, Egil. Du hast viel verpasst. Es gab so viel Leid. Wir ergaben unseren Eid der Kirche, weil sie uns vor den Monstern bewahrten. Als wir die Wahrheit erfuhren über Shambhala, wussten wir, wer für die Angriffe der Monster verantwortlich war. Es war die Kirche, welche den Monster erschuf und auf uns hetzte. Wir schworen den Eid, weil wir keine Wahl hatten. Dies ist das Land der Sova. Die Kirche ließ sich hier ohne uns zu fragen nieder. Vergeltung musste geübt werden. Vergeltung wurde geübt. Mato? Oh nein, er nimmt sich jetzt das Leben? Ja. Schande. Was tust du? Egal, ob unser Eid unter falschen Voraussetzungen gegeben wurde. Ein Eid ist ein Eid. Ein Eid bedeutet den Sova alles. Und doch haben wir ihn gebrochen. Egil, wir alle beschlossen, dass du deinen Weg gehen kannst. Sag mir nicht, dass die anderen... Nein. Das heißt, die wurden nicht abgemetzelt, sondern sie haben sich alle selbst gekillt. Wir haben diese Gruppe tapfere Abenteurer ausgenutzt. Zu unserem Vorteil. Wir schulden es ihnen. Du bist der Stärkste von uns. Und die größte Hilfe für sie. Schließ dich ihnen an. Mato, überdenkt das nochmal. Am... Ersten... Asak. Ein magischer Teleporter wird euch zu eurem Ziel bringen. Das war dieses grüne Zeugs. Egil. Leb wohl. Nein. Nein, Mato. Wow. Er hat ein bisschen gesauert. Und Raphael hat es geschafft. Gut. Denn auch bei ihm wird jetzt entsprechend ein Groschen fallen, glaube ich. Eure Exzellenz. Was ist mit diesen Monstern? Warum mal das? Ich habe das Gefühl, und es hat, glaube ich, diese eine Sequenz so ein bisschen gezeigt, ohne dass ich es im Moment der Sequenz gecheckt habe, dass Gwaine dieser Exzellenz-Dude ist. Weil der hatte sich immer kurz in ihn verwandelt. Das kann man auch interpretieren als halt eine Mirage, als irgendwie... Abbildung. Aber... Sollten wir nicht Sir Agile helfen? Bestand darauf, es alleine zu tun. Oh, er hat sie beerdigt. Ich bin fertig, sie sind alle beerdigt. Ergiel. Ja, es stimmt. Sie waren nicht immer nett zu mir. Ich war mein halbes Leben lang weg. Also kannte ich sie kaum. Ich war wie ein Fremder im Dorf. Einen Fremden, welches nicht wusste, wie man Fremde behandelt. Ich bin nicht säuerlich sauer. Ein Dorf, ne? Das ist schon, was ist das für ein Satz, aber der war dumm von mir vorgelesen. Ist der Glenn? Äh, ja? Hier hält mich nichts mehr. Die Sova wollten, dass ich euch helfe. Doch diese Entscheidung liegt allein in meinen Händen. Ich werde mich nicht an einen Eid binden, wie sie es taten. Warum sagt ihr mich nicht, was euer Ziel ist? Und dann entscheide ich, ob ich mich euch anschließen werde. Dann lasst mich der Erzähler dieser Geschichte sein. Ja, das ist, glaube ich, ehrenvoll genug für ihn. Er würde schon nicht Nein sagen. Ich verstehe. Okay. Ich verständlich verstehe. Also, wenn das so ist... W-w-w-was? Ihr seid eine Gruppe von Widerständlern, die eine Massenvernichtungswaffe gestohlen hat und versucht, das Land von der Tyrannei zu befreien? Äh, unerwartet. Aber ihr wollt dieses Grand Grimoire vernichten. Habe ich das korrekt verstanden? Das ist, wofür wir unser Leben riskieren, ja. Und einen Tyrannen zu stürzen, klingt nach einer nobeligen, nobelen Geste. Also gut, als Ritter des Dämmerblauen schließe ich mich euch an. In gutem Glauben. Mit eurer Erlaubnis natürlich. Stolzes Mitglied der Sova-Community auf Shambhala. Er wurde auf den Boden geschickt, um Wissen über Eldreya zu sammeln und es nach Hause zu bringen. Dort traf er den Ritter Sir Isaac von Dover und wurde sein Knappe. Am Ende seines Trainings ging er zurück in sein Heimatland. Wegen seiner angeborenen Unfähigkeit zu fliegen, wurde er von anderen oft geärgert. Mobbing, dies das. Du sollst uns begleiten, sofern du versprichst, nicht im Weg zu sein. Wie großartig, er kommt mit. Er sieht so freundlich aus. Und flauschig. Ausgezeichnet. So lass dies mein Eid sein. Ich beschütze, die Karmesin schwingen und unterstütze ihren Weg, Valandis von der Tyrannei zu befreien. Ich glaube, wir brauchen kein Eid, um dich willkommen zu heißen, Sir Egil. Mato sagte, der Teleporter zur Zuflucht sei beim ersten Asak im Norden. Lasst uns dort hingehen. Quests erschlossen, abgeschlossen, überhaupt und sonst was. Hier sind auch noch mal zwei Truhen. Ich will nur noch mal ganz kurz gucken gehen. Ne, da kommst du irgendwie immer noch nicht hin. Na gut, dann sei es so. Neue Talente mache ich auch gleich auf Screen. Ihr Lieben, wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Und dann begrüße ich euch jetzt schon mal herzlich im nächsten Let's Play zu Chain Echos. Danke. Was denn? Tschüss. 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 Tschüss.